weiter geht's mit so was ist los man die schicken eine ganze division nein die fenster und türen decken feuerst wenn sie in reichweite sind der ist ganz ruhig willkommen zu Call of Duty Leute ich stell erst mal meinen G430 hin was ist denn sie schon angekommen Barmäh ich darf sie nicht mal aufstehen ja ich bin hier echt am so so kann ich einfach nicht spielen ich kann nicht spielen so wie ich jetzt hier drauf bin dann muss wieder nach oben so kann ich nicht arbeiten Leute das stört jetzt habe ich den Mg falsch abgestellt ich sag's noch so kann ich nicht arbeiten ständig ständig sagen sie mir dass die Deutschen schnell reingekommen sind aber selber zu arbeiten so kann ich nicht arbeiten am besten ich stelle meinen G430 was war ich hier was mach ich da so jetzt aber genau ich stelle meinen G jetzt hier und hier bleibe ich jetzt so bleibe ich nein nein es ist äh bringt nichts es ist okay jetzt kommen die Panzer und jetzt habe ich wieder jeden jeden menge scheiß zu tun Natürlich die Panzer zerstören. Da habe ich einen Panzerschreck. Großer Panzer. Oh, oh, oh. Ich habe einen Panzer. Ich habe einen Panzer. Autsch. Nein, weh. Ich habe jetzt falsch gespeichert. Wechsel die Waffe, du Tropen. Nein, 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 nein. Komm, schlag, schnell. Oh, zu spät. Und wieder zu spät. Oh, diesmal hat er mich nicht... Oh, voll durch. So, ich habe mich wieder befreien können. Aus meiner... Oh, was ist hier los? Ist das ein Deutscher? Nein. Da brauche Deckung. Was ist das mit dem ganzen Fun? Wie war es das jetzt? Hallo? Woessen! Was ist das mit dem ganzen Fun? das hat sich gerade echt komisch angehört wirklich witzig ein deutscher panzer hat den halben druck 3 getötet hat die überlebenden versammelt sie versuchen hierher durchzukommen feuer schmerz bei deckung geben okay ich muss das verlassen die wie 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 komme ich hier raus alles klar alles klar jetzt helfe ich erst mal zu 3 ach du scheiße ist das der panzer nein doch kein tiger panzer wie es gedacht hat Oh, Entschuldigung. Ja, war klar. Wie auch anders, ne? Hier geht gar nichts ab. Es ist langweilig, Leute, finde ich. Dieses Level hier hat eigentlich einen ganz spontanen Anfang, aber wie es jetzt hier aussieht, geht's mal los. Kein Geballer mehr, kein Bang Bang mehr. Was würde ich jetzt hier warten? Ich muss jetzt auf irgendwas warten, ich weiß nicht mehr was. Ach, ein Panzerwagen ist auch angekommen. Ach. ja ja ich kann erwarten ein Tee trinken ein Kaffee schwarz bitte geschüttelt nicht gerührt soll ich vielleicht doch lieber den Panzerwagen abschießen, ich versuche den Panzerwagen ähm, ich äh gut, doch nicht so wie es geplant war oh, wieder nicht wie es geplant war doch, ich glaube ich muss den Panzerwagen abschießen so habe ich es glaube ich in Erinnerung, weiß ich noch nicht ganz genau der erste Schuss war voll in die Hose ging voll in die Hose zweiter Schuss weiß ich nicht nein, war auch, ging auch in die Hose nach drei Schüsse habe ich den Panzerwagen zerstören können ja, ja ich muss besser üben mit der, äh, mit dem Panzerschreck weil sonst so gut, nach langweiligem Warten haben wir es jetzt auch noch geschafft ich will nicht meine ganze MP44-Munition euch verbraten hier was soll das wirklich schlimm dieses Level, Leute, wirklich sehr schlimm oh, nee, ey, wirklich schlimm das Level, muss ich sagen das fällt mir ganz und gar nicht bei ich... Ja gut, nach diesem langweiligen Schießerei darf ich zurückgehen. Äh, ha. Ja. Wer auch mal kommt. Nein, nein, sie lassen mich nicht da durch. Ich muss einen kleinen Umweg gehen. Ah, ja.